Der Bürgerverkehrsverein und die Einzelhändler der Innenstadt Bad Bramstedt hatten sich zum diesjährigen Herbstfest am 21. September wieder viele Aktionen einfallen lassen. Besondere Highlights waren dabei das Bustrecken im Landweg und der Motorradgottesdienst mit anschließendem Korso durch das Auenland. Moderiert wurde die ganze Veranstaltung von RSH-Moderator Carsten Kock. Und los! Kämpfen! Noch passiert nix, noch passiert nix, jetzt. Und jetzt läuft die Zeit. Ja, anfeuern, zack, 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 zack. Macht ihr euch die Mutte hier, kämpfen, kämpfen!